Was wir jetzt machen ist, als allererstes, wir drücken den Bremszylinder zurück. Der ist ja rausgefahren, durch das Abnutzen der Bremsen. Bremsbeläge fährt er raus, damit ihr auch eine längere Zeit bremsen könnt. Da gibt es jetzt zwei Wege. Ihr seht unten mit einem Engländer. Das geht aber nur vorne, denn der ist nicht geschraubt, sondern nur zum Pressen da. Oder ihr macht hier einen Bremsen-Zurücksteller. Dazu sucht ihr euch den richtigen Vorsatz, packt das Ding drauf und spannt dieses besagte Teil nun ein. Das ist rein mechanisch, ganz simpel gehalten. Das müsst ihr einfach nur einsetzen, in die Führung setzen und dann dreht ihr durch das Drehen des Bremsen-Zurückstellers, wenn euch nicht die Platte wieder runterfällt, wieder zurück. Die Platte selber vorne ist mit Magneten gesichert. Das ist sehr sinnvoll aufgemacht worden. Und dieses Teil dreht jetzt den Bremszylinder zurück in die tiefste Position, damit wir auch die neuen Beläge gleich einsetzen können. Denn die neuen Beläge sind natürlich viel dicker als die alten. Deshalb ist es hier in diesem Punkt sehr wichtig, dass ihr während des Verschleißes der Bremse keine Bremsflüssigkeit nachkippt. Immer nur Bremsflüssigkeit nachkippen, wenn ihr unter dem Minimalstand im Reservoir kommt. Ansonsten würdet ihr nämlich, wenn ihr das auf maximal kippen würdet jetzt, die Bremsflüssigkeit, dann würdet ihr jetzt in diesem Moment an der Vorderseite die Bremsflüssigkeit in das Reservoir zurückdrücken. Und dann würde es im schlimmsten Fall überlaufen. Deshalb auch dort immer achten, bevor ihr anfangt, die Bremse wieder zurückzustellen, dass das Reservoir vorne mit der Bremsflüssigkeit zwischen, ja, überminimal ist, aber nicht nah an der Maximallinie. Weil eine neue Bremse, wenn sie komplett neu ist, kann auf maximal gefüllt werden, aber später ist das so eine Sache, wenn ihr das auf maximal füllt, gibt es danach einen überlaufenden Bremsreservoir, Bremsflüssigkeitsreservoir. Das ist nicht der Burner. So, jetzt haben wir es zurückgedrückt, wie ihr seht. Jetzt können wir das Bauteil wieder extrahieren. Bremse ist damit wieder in Anfangsstadium. Bremse ist damit wieder in Anfangsstadium.